Herzlich Willkommen Freunde der geflickten Unterhaltung, heute zur ersten Ausgabe meiner Recap-Serie zur sechsten Season von Game of Thrones. Ja, gestern war es dann endlich soweit, das Spektakel ging los, Game of Thrones Season 6. Ich war sehr gehypt, für alle die die Episode noch nicht gesehen haben und generell bei Game of Thrones noch nicht so weit sind, Spoiler-Warnung, versaut es euch wirklich nicht, kommt später wieder zu diesem Video zurück. Ja, und es geht auch direkt an der Wall weiter mit einem schönen Tracking-Shot auf Jon Snows Leiche, denn der größte What-the-Fuck-Moment, zumindest für mich, weil ich die Bücher bisher noch bis Buch 2 gelesen habe, in der fünften Season war das Ende, Jon Snow wird einfach mal erstochen von... Ah, fuck Oli, fuck Oli! Ja, war schon relativ krass und war ja auch so der Einzige, der gewusst hat, so, Hey, yo, die White-Walker sind schon ganz schön krass, wir sollten uns zusammentun, damit wir überhaupt eine Chance dagegen haben. Und deswegen lassen wir auch die White-Links mal lieber durch. Und ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen, aber viele haben ja die Theorie, und ich persönlich glaube ja auch relativ fest daran, dass er früher oder später in dieser Staffel zurückkommt. Und ich schätze mal so, das wird so, ja, zwischen Episode 3 und 5 irgendwann passieren. Also, ja, genau. Und jetzt liegt er erstmal da, er wurde dann reingebracht von seinen wenigen, ja, Kumpanen oder den Unterstützern von Jon Snow bei der Night's Watch, wurde er dann reingetragen. Und auch Ghost hat schon rumgeheult, also sein Wolf und so. Das war schon eigentlich eine ganz coole Szene und so. Genau. Dann bleiben wir mal direkt im Norden, denn es geht auch mit Sansa und Theon weiter. Echt coole Storyline. Ich hab echt Bock auf die Sansa-Storyline, weil, ja, soweit man das aus Interviews ja schon gehört hat, macht sie diese Season auch endlich mal wirklich aktiv was und lässt sich nicht nur als Figur von Littlefinger oder so irgendwo hinschieben, sondern wird jetzt wirklich aktiv und wird jetzt wirklich Lady Stark und vereint dann eine Armee hinter sich und, ja, der Nord schlägt zurück und Haus Stark, äh, Stark, Haus Stark, Haus Stark schlägt zurück und so. Und das wird, glaube ich, echt super. Und, ja, die sind dann halt auf der Flucht schon von ein paar Boltons und dann sind sie ganz schön eingekesselt und dann kommt aber Brienne und savent Sansa und Theon. Und Theon wird aber auch relativ aktiv eigentlich. Er schnappt sich dann ein Schwert und sticht dann auch mal einen Boltonsoldaten ab. Also generell schon bin ich mal gespannt. Da wird er jetzt auch ein bisschen mehr wieder aktiver sein und er spricht auch wieder mehr und jetzt nicht nur so, äh, no, I'm Rick, I'm Rick, ja, sondern er ist da schon wieder ein bisschen aktiver. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin da sehr gespannt auf diese Storyline und ich fand, das war auch ein wirklicher Gänsehautmoment, als Brienne dann da kommt. Und, äh, weil ich einfach, ich bin Fan von Stark, ich bin Fan vom Norden. Ich finde, das ist geil und dass die jetzt endlich mal wieder, ja, selber mal aufs Maul haben und nicht nur immer aufs Maul kriegen, immer aufs Maul kriegen, immer aufs Maul kriegen. Es war einfach so furchtbar, keine Ahnung. Ich meine, dann ist halt Jon Snow in der letzten Season auch noch gestorben, Arya ist blind geworden und du denkst dir so, okay, come on, Stark, jetzt do something about it, do something. Und jetzt, jetzt scheint Sansa da mal echt dann bald aufs Maul zu hauen. Ich bin ja mal gespannt, äh, wo sie jetzt hingehen, ob sie wirklich zur Wall gehen und gucken, was da abgeht, weil Jon ist ja eigentlich tot, dementsprechend bringt das nicht so viel. Allerdings weiß man auch schon, dass Davos, jawohl, jetzt mit Sansa dann zusammenarbeitet und dann vielleicht auch mit hilft, äh, ja, die Häuser des Nordens hinter ihr zu vereinigen. Deswegen bin ich da auch mal gespannt, ob die wirklich zur Wall gehen, ihn dann da treffen oder ob die zu einem anderen Haus im Norden gehen, wo dann vielleicht Rickon noch ist, weil den gibt's ja auch noch, darf man nicht vergessen. Den kleinen, ganz kleinen Stark-Bruder, der ja in Season 3, glaube ich auch, äh, ja. Also, einfach mal quasi zurückgelassen wurde und gesagt, ja, du musst erst größer werden und kämpfen lernen und bla, und ja, dann ist Bran halt alleine weitergezogen, der diese Folge auch noch nicht vorkam. Ich bin sehr gespannt, weil Bran wird dieses Season auch echt krass. Also, er wird ja dann seine Weirwood-Flashbacks haben und so, und da kriegen wir vielleicht Tower of Joy, wenn ich weiß, was der Tower of Joy ist, ne. Lest euch mal oder schaut euch mal ein Video zur Theorie R plus L equals J an. Da geht's ja um die Eltern von Jon Snow. Und das ist cool, das ist mit so die größte Game of Thrones-Theorie. Kurzes Roundup für die, die jetzt vielleicht doch noch nicht so interessiert sind. Es würde bedeuten, dass, äh, Jon Snow, ja, der wahrscheinlich so oder so ein wichtiger Charakter ist, und deswegen, ich ja auch dran glaube, dass er zurückkommt, aber dass er zum einen Stark ist und zum anderen Targaryen. Mhm. Also, schon so mit ziemlich krass, ne. Ja, gut. Ja, dann ist Marcella, beziehungsweise Marcellas Leiche, mit Jaime noch nach King's Landing zurückgekommen. Da ist mir auch so ein bisschen Bildsprache aufgefallen, was ich ganz krass fand. So als Marcella in Season 3, glaube ich, auch wieder, ähm, ja, nach Dorne losgesegelt ist, waren da so ganz viele Riesenprozessionen in dieser Bucht, wo dann halt das Boot abgefahren ist. Und jetzt ist da halt nur Cersei. Cersei rennt auch schon ganz begeistert darunter, freut sich richtig, endlich ihre Tochter wiederzusehen, nach dem ganzen Shit, den sie auch in der fünften Season gehabt hat. Ähm, naja, und dann, dann ist sie halt wieder gebrochen und Jaime verspricht ihr dann, okay, wir, wir, wir holen uns alles zurück und mehr, wir holen uns alles, wir, wir hauen den auf die Fresse. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde Jaime ja eigentlich, eigentlich cool, auch wenn mir seine Storyline in der fünften Staffel nicht so gefallen hat, aber finde ich Jaime an sich ziemlich cool. Cersei finde ich, war in der fünften Staffel wiederum ziemlich geil, also, muss man schon sagen. Das gefällt mir eigentlich da mit dem Fight zwischen, ja, dem Königshaus und dem High Sparrow in King's Landing. Ich finde sie interessant. Ich bin nochmal gespannt, was da jetzt noch kommt. Der, Cersei hat ja jetzt auch Zombie Mountain, der wird auch nochmal richtig da durchslayen. Das, da bin ich echt gespannt drauf. Und dann ein richtiger What-the-Fuck-Moment. Ähm, ich hab ja auch schon gehört für, im Buch ist das gar nicht so. Also, zumindest in den bisher erschienenen Büchern. Äh, ist nämlich was in Dawn abgeht, ja. Ähm, ich dachte eigentlich, Dawn wird jetzt erstmal so ein bisschen beiseite gelassen und kommt jetzt nicht direkt in der ersten Folge wieder vor. Aber doch. Und, äh, ja. Dann geht da Aliria Sand, also die Mutter von den Sand Snakes, geht da dann ein bisschen rum, so mit dem, äh, Prinz von Dawn, ne. Mit dem Bruder von Oberyn. Äh, ja. Und ich denke so, hm, okay. Weil sie tun so auf Mega Happy Life und alles super und ach, ist ja so schön, dass wir jetzt wieder glücklich sind und alles toll und bla. Und dann kommt so die Nachricht von irgendeinem Boten, dass Marcella tot ist, ja. Und, äh, er sitzt noch so da in seinem Rollstuhl. Liegt das so? Kannst du noch gar nicht richtig fassen. Zack. Ja. Aliria Sand steppt ihm schon in, äh, so ein Dolch mitten ins Herz quasi, so gefühlt. Und auch, äh, Ario Hoda, also der große schwarze Wächter von ihm mit der Lanze, der wohl auch ein ziemlich krasser Kämpfer eigentlich ist, wird auch mal eben in den Rücken gesteppt. Und, ja, Tristan, der Sohn, wird auch getötet, kriegt Speer durch den Kopf. Also, Martells sind jetzt nicht mehr so aktuell, ne. Genau, und dann sagt, äh, Aliria Sand ja auch nochmal, äh, No weak man will ever rule dawn again. Und man muss ja generell sagen, es gibt jetzt ziemlich viele krasse Frauen in Game of Thrones. Also, Sansa wird jetzt krass. Daenerys war ja auch schon krass. Gut, aktuell ist sie halt dann in den Händen der Dothraki. Aber, ich bin relativ überzeugt davon, dass Daenerys da auch wieder schnell rauskommt, weil sie hat ja Drogon und überhaupt. Und auch Jorah und so sind auf der Suche nach ihr. Ja, haben übrigens auch den Ring gefunden. Aber, ja, und Jorahs Grayscale hat sich ein bisschen mehr ausgebreitet. Aber sonst war da jetzt... Obwohl doch, die beiden sitzen dann so auf den Pferden, kurz bevor die den Ring von Daenerys finden auf diesem Feld. Da reden die so über, ja, and she's always coming back. Ja, a bit frustrating. Und die reden so über das Zurückkehren. Das sind wieder so diese Anspielungen, die es ja in Staffel 5 auch gab. Mit Jon Snow und so, ne, und dann keine Ahnung. Zum Beispiel, Master Aemon hat sich so mit Sam unterhalten in der fünften Season. Das ist jetzt einfach so eine krasse Szene. Über Targaryens und so. Und dann so, ja, Daenerys, sie ist jetzt die letzte Targaryen. Und das ist schon echt scheiße und bla. Und dann so, ja, es gibt wohl echt keine Targaryens mehr. Dem Zoom auf Jon Snow, der den Raum betritt. Und du denkst dir nur so, spielen die jetzt nur mit mir oder ist der wirklich Targaryen? Es ist, also sowas ist einem im Season 5 öfters aufgefallen. Genau, also das ist noch passiert. Ja, Daenerys, wie gesagt, in den Händen von Carl, nicht Carl Jekyll, Carl Jekyll ist es in den Büchern. Carl Morrow heißt er hier. Und generell ziemlich vielen Dothraki, krass. Und die unterhalten sich dann auch noch auf ihrer Sprache darüber so, hey, hey, meinst du, dass ihr... Ihr Haar überall blond ist und shit. Und naja, sie muss ja nicht cool sein, damit man sie in den... Wieb! Ne, und so, ja. Dabei wissen sie nicht, dass sie auch die Sprache spricht und mal die Frau von Carl Jokow war und so. Und somit nach ihrer Logik nicht mehr angerührt werden darf. Wo man sich so denkt, gut, okay. Aber gut für sie, natürlich. Ja, man ist relativ gespannt auf die ganze Sache. Ja, aber bei Daenerys generell, also sie kann ja wohl nicht einfach jetzt sagen, yo, hey, Carl, bring mich mal nach Meereen zurück und so. Ne, ich bin da Queen. Ich bin Daenerys, hab Drachen, bin voll krass und so. Weil sie ja die Witwe eines Karls ist und die Witwe eines Karls muss im Tempel so und so den Rest ihres Lebens als Witwe leben. Nach der Auffassung von den Dothraki. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ob jetzt Jorah und Dings dann generell dann noch sie da rausholen oder was sie die beiden dann noch anstellen. Bin ich sehr gespannt. Und genau, dann Arya gibt's ja auch noch, sitzt blind auf der Straße und kommen noch so Leute vorbei, die sie ja jetzt krass hören. Sie sitzt da als Bettlerin, weil sie ja immer noch blind ist. Und naja, dann reden die halt darüber, dass dieser eine Kingsguard ja geslayt wurde und wer das wohl war und das war voll krass und überhaupt. Und so, das ist auch nochmal so ein ganz nettes Detail gewesen. Und ich fand's ganz cool. Und generell, ich find's ja immer noch krass, weil sie ihm halt die Augen ausgestochen hat am Ende der fünften Season, Maren Trant, dass sie halt blind ist. Also das ist schon wieder so dieser Zusammenhang und so. Naja. Bin mal gespannt. Man, sie wird da dann auch wieder zum Kampf aufgefordert von dieser, oh Gott, faceless Man-Frau, wo man eigentlich auch dachte, ist sie jetzt tot? Oder wer ist jetzt tot? Ist Jacken tot? Ist sie tot? War sie überhaupt jemals da? Am Ende der fünften Season, das war schon wieder, das war ein sehr weirder Moment. Und, äh, ja, sie wird aufgefordert, gegen sie zu kämpfen und dann so, see you tomorrow, yeah, weil sie halt voll aufs Maul bekommen hat, weil sie halt denkt so, hey, ich bin blind, wie soll ich hier irgendwas anstellen? Aber die wird, glaube ich, auch noch ziemlich badass. Und wieder, ne? Gut, Arya war schon immer feldnismäßig bad, das ist auch, wenn ich ihre Storyline in der fünften Season etwas naiv fand, weil, naja, sie hat halt die ganze Zeit nur im House of Black and White rumgechillt und Körper gewaschen, so bis zu dem Ende ihrer Storyline in Season 5. Das war dann wieder cool, aber davor, oder Muscheln hat sie verkauft, so, hey, 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 ja, ich hab Muscheln, was geht? Fand ich nicht ganz so spannend bis dato, aber dann am Ende wurde es ja nochmal cool und jetzt, glaube ich, wird es richtig geil, weil sie wird dann so ein blinder Ninja, richtig badass und macht einfach mal wieder alles fertig. Und, äh, ja, eine weitere starke Frau, mal wieder, genau. Und, äh, ansonsten muss ich sagen, es war generell eine sehr coole Folge, aber ich war über das Ende überrascht. Also, das Ende, ich saß da wirklich so, Moment, was? Hä? Hä? Weil, ja, am Ende sind wir halt wieder an der Wall und dann so, ja, wir haben ja auch noch Melisandre und ihr glaubt gar nicht, was die alles drauf hat und so, ne? Und dann erinnert man sich wieder zurück. Stimmt, die hat ja mal diesen Schatten geboren und, ja, generell ist sie schon auch so magisch angehaucht. Und, ja, das wird dann leider nochmal bestätigt. Ich saß da wirklich, what the fuck, weil, wie gesagt, das aus den Büchern ich kenne, ich weiß nicht, ob es da schon drin war. Ja, weil sie, ich denke mir so, hey, okay, warum steht sie da alleine im Raum und zieht sich jetzt erstmal wieder aus? Denkst du so, hm, ist das so for reason, weil wir sind Game of Thrones, wir brauchen mehr nackte Haut in unserer Folge. Aber es hat schon, also, am Ende war es schon doch, da hab ich mir gedacht, okay, gut, weil dann nimmt sie auch ihr, ihre Kette quasi ab, die anscheinend einen magischen Effekt hat und plötzlich, Schnitt, sie ist uralt und, und, und dann denkst du, fuck, Gott. Weil, ja, das war schon ziemlich krass, weil sie war halt da plötzlich super alt und man merkt, okay, da geht halt doch mehr ab, als man denkt, weil die gesamte Zeit hat man sie nur jung und super hübsch und bla gesehen und dann plötzlich so, oh, fuck, shit, that is what you really look like? Ja, das war auf jeden Fall ziemlich krass. Und das war halt das Ende der Folge, ich bin ziemlich gespannt, wie das da jetzt weitergeht, weil ich weiß, wie gesagt, nicht ganz, was ich davon halten soll, so. Generell. Also von der letzten Szene, so, ja. Ansonsten bin ich sehr gespannt, nächste Folge sehen wir wohl endlich Bran und vielleicht dann ja schon ein Flashback, Tower of Joy. Ich bin sehr gespannt. Die Unterstützer von Jon Snow haben ja schon einen losgeschickt, der die Wildlings holt. Ich weiß nicht, wie sehr die Night's Watch dann dann auch aufgemischt wird. Und ich freue mich schon auf die Szene mit Davos aus dem Trailer. I've never been much of a fighter. I'm sorry for what you've about to see. Und generell bin ich sehr gespannt, weil viele Storylines sehr cool sind. Ich bin auf den Moment gespannt, wo Jon Snow dann zurückkommt. Ich gehe ziemlich fest davon aus, wenn es nicht passiert. Ich habe mir schon überlegt, was ist, wenn das nicht passiert? Ich wäre sehr enttäuscht. Ich weiß nicht. Also ich meine, klar, wir haben dann Sansa und Sansa ist auch schon krass. Und wir haben Daenerys. Wenn Daenerys einmal nach Westeros kommt, was auch nicht so schnell passieren wird, weil Tyrion und Varys gehen halt durch Meereen. Und Tyrion meint so, ja, du musst die Stadt kennen, wenn du sie regieren willst und so. Also, ja, da ist übrigens auch wieder ein Priester des Red Gods am Start. Aber die Schiffe, die sie da haben in Meereen, mit denen sie ja potenziell hätte nach Westeros kommen können, werden erstmal alle angezündet. Wahrscheinlich wieder von den Sons of the Harpy, wo ja auch hoffentlich diese Season mal bekannt wird, wer denn da der Mastermind hinter ist. Ich bin sehr gespannt drauf. Und, ja, das sind meine Eindrücke zu Game of Thrones Season 6. Ich habe noch eine Frage an euch. Generell natürlich, was haltet ihr, oder was heißt, ich habe mehrere Fragen. Was haltet ihr von der sechsten Season bisher, von der ersten Episode von Game of Thrones? Ich bin sehr gespannt. Was haltet ihr von den einzelnen Storylines? Jon Snow glaubt ihr, dass Jon Snow zurückkommt? Oder sagt ihr, ach, Quatsch, ich habe nämlich auch einen Kumpel, der meint, das wird nichts. Nein, der kommt nicht wieder. Und, ja, hat er dir auch Gänsehaut, als Brienne Sansa gerettet hat. Und überhaupt, ja, Melisandre, die alte Frau, what the fuck? Genau, und die Frage, die ich jetzt aber noch zum Format habe, würdet ihr das lieber noch gerne etwas kürzer haben, wo ich weniger frei rede, sondern ein bisschen gescripteter? Hier habe ich natürlich jetzt auch mit Notizen geredet, aber dann würde ich es halt wirklich gescriptet machen. Könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben. Okay, soviel dazu, bis nächste Woche. Hau rein!